Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Worms Clan Wars mit dem Fabio. Hi. Weißt du, ich glaube du machst das absichtlich. Was denn? Du weißt nicht wie das abläuft, oder? Abläuft? Abläuft, ja. Abläuft. Du weißt es einfach nicht, oder? Was denn? So eine geile Anmoderation? Ja, so nach dem Motto, wir melden mal, äh... Oh, fuck you. Alter, die ist aber perfekt für mich rumgeflogen. Nee, du weißt es einfach nicht, oder? Dass man da den Namen vom anderen sagt, das weißt du einfach nicht. Ich muss jetzt auch eine Sache gestehen, ich war gerade am Schreiben. So, jetzt bin ich vollkommen für dich bereit, Sebastian. Das muss da jetzt einfach mal hier kurz sein. So, aber das ist natürlich absolut, äh, easy. Wieso hast du denn eigentlich eine Map genommen, die oben zu ist? Weil ich dich überraschen wollte. Weil ich nicht darauf geachtet habe. Ja, du kriegst es einfach mal für deinen frechen Satz am Anfang, kriegst du es erstmal hier einfach skrupellos, ja, ins Gesicht. Das war auch was Schönes, oder? Nee, Alter. Ha, das gick mir ein Schock. Du warst letztes Mal gar nicht dabei, oder? Bei den Aufnahmen. Frage, dass es mein letztes Mal war, ne? Hm? Frage, dass es mein letztes Mal war. Ja, nicht die Folge von letzter Woche, sondern... Ja, das weiß ich nicht. Ja, die logischerweise nicht, weil wir die vor fünf Minuten aufgenommen haben. Also, da war ich da, logischerweise. Nein, er war nicht da, der Bot hat für ihn gespielt. Okay, das wird nicht besser für mich. Also, jetzt pass mal auf. Äh, das stimmt. Also, irgendwie ist das sehr, aber ich bin rechts, du bist links. Ähm. Und du bist unten und ich bin oben. Das ist nicht so geil, muss ich gestehen. Wobei, eine Sache finde ich ziemlich geil. Es kommt, die Wasserhutflöte. Also, wir haben keine Wasser... Ja, wir haben die aber nicht. Und die... die Ding reichen safe nicht aus. Nur das Wasser. Ich finde es auch gut, dass ich unsere Luft... Dass ich unsere Luftvariante genommen habe von unseren Items und... Wir haben halt keinen... Wir können die nicht einsetzen. Ja, das stimmt. Selbst wenn jetzt jemand Armageddon zündet. Was? Willst du mich verarschen? Also, das finde ich jetzt richtig geil. Oh, ich bin noch so perfekt da drauf. Na, das ist jetzt minimal kacke, muss ich sagen. Ja, ich würde sagen, wir entschärfen hier mal beides. Einmal Fabio, einmal Kiste. Äh, entweder eins kommt. Oder nur Kiste. Naja, du hast mir zwei Damage gemacht. Das ist gefährlich für mich. Ich meine, wenn ich wieder mit einem HP überleben würde, ist das schon mein Todesurteil. So. Nach links, Fabio. Nach links. Also, ich weiß nicht mehr, wie man das Ding loslässt. Leertaste? Look at the skills, my friend. So. Äh, irgendwie kann man echt nicht so geil viel machen, muss ich bestehen. Wäre ich zumindest nicht. Oh, wie was? Komm, 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 komm. Jawohl. Haha. Na gut, der heizt sich eh von selbst. Du weißt, dass es geil ist, den hätte ich hier noch schön durchgebrochen. Die wäre da noch zum 160er unten geflogen. Der heizt sich eh von selbst. Ja, das ist da unten ein bisschen scheiße, muss ich gestehen. Ja. Ja, Sebastian, lass dir ruhig mal ein bisschen Zeit, ja? Ein bisschen Stress ist schlecht, das Herz, ja? Ach. Meine Blutwörter sind vollkommen okay. Das wird jetzt ein bisschen schmerzhaft, habe ich so den Eindruck. Eine meiner mehr volatilen Inventions. Autsch. Ich springe hoch! Oh, fuck. Irgendwie habe ich mich jetzt dadurch nicht besser platziert. Es war noch okay. Ich hatte gedacht, dass es da unten noch aufsprengt und das einen kompletten Abgang macht. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt gehofft, dass wir Dynamit haben, aber eher irgendwie... Noch nicht, ne? Nee. Oh, guck mal. Tja. Das ist ganz gut, dass der hier dran ist. Jetzt haben wir Dynamit, ich habe es genau gewusst. Teichste Baseballschläge haben wir aber noch nicht. Das finde ich jetzt aber ganz, ganz schade. Aber ganz ehrlich, so eine Stange Dynamit. Die habe ich nicht. Habe ich etwa angefangen? Geiß. Los, tu das. Tu es, tu es. What the fuck? Bam! Ähm. Ja. War noch ganz okay. Ich habe gedacht, äh, ein bisschen eher. Das ist ja einfach ein bisschen Risiko, ne? Auch wenn die Mechanik nicht da von den Mörsern ist. Kehl die 64er da. Der ist von mir so ein Grafik-Bug. Ist eh nicht so schnell. Und Kehl'n kannst du mich, glaube ich, auch nicht, weil du maximal 55 Damage machst. Oh, es kommt drauf an, wie du fliegst. Das stimmt. Aber jetzt machst du mir wahrscheinlich weniger Damage. Das hat funktioniert. Oder auch nicht. Ne. Du fühlst es nämlich, glaube ich, Maxi- Boah, meinst du, ich kriege da Voll Damage? Ne, nicht mit dem Kleinen. Hätte ich nicht bekommen. Interessant. Wollte ich hier wieder entquippen? Der geht auch nicht verloren, wenn ich den nicht benutze, ne? Vielleicht brauche ich ihn doch noch. Hätte ich fast'n Fehler gemacht, da. Wieder da, wo der Boden ein bisschen dicker ist. Bist du ganz okay da unten mit dem Wasser? Glaube ich. Dass dir das gefällt. Gefällt mir sogar, äh... Ganz gut. I have to admit. Ne, das finde ich jetzt gemein. Wibbly-wobbly-timey-wimey. Oh, eigentlich nicht, wenn die sind nach links fliegen können. Äh, nach rechts, meine. Und wir haben das Loch produziert. Jetzt ist das erste Loch. Das war das Loch, was ich dann direkt gleich reinballern werde. Hoffentlich, ne? Das glaube ich nicht. Oh, guck mal, ich werde da jetzt glaube ich aber gleich ein neues Loch machen. Wenn meine Nate jetzt nicht komplett scheiße fliegt. Boah, das ist richtig schwierig einzuschätzen. Das war ziemlich gut. Das war gut. Oh, scheiße, ey. Nein, 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 nein. Jawohl. Boah. Das war jetzt wichtig. Diese verdammte Sogwirkung. Oh, und da oben muss halt auch nur so ein, äh, da unten muss auch nur so ein kleiner, äh, kleines Ex-Zo-Söhnchen. War die falsche Richtung, Sebastian. Na, wird's hier Kissen, äh? Oh, schade. Plan A funktioniert nicht. What? Na, eine starke Dynamit. Besser als jeder weiß. Das wird richtig knapp, weißt du das? Schade. Aber da stehe ich trotzdem besser. Dann stehst du besser auf jeden Fall. Vor allem für jetzt hier gleich ein... Oh, die Ding will ich eigentlich schon haben, da muss ich gestehen. Ich will mal ganz kurz gucken, ob ich da irgendeine Chance habe, die da unten zu killen. Eine richtig königlich platzierte... Na, das krieg ich nicht hin, leider. Ach, Sebastian, du machst mich grad echt fertig, muss ich dir jetzt einfach mal hier sagen, ne? Tut mir jetzt gar nicht leid. Ach, du blödes. Ach, danke. Ja, ich wollte dir einfach helfen. Helft. Liebe helfen. Oh, oh. Meine Bestimmung. Na, geh da links auf die Insel. Zwischen den zwei Nippelnern durchwerfen. Das wird schief gehen. Ja, spring doch dazu. Das ist ein Scherz. Das war jetzt echt ein schlechter Witz. Ich muss mal kurz hier überlegen, ob eine Stangendynamit so fällt, wie ich sie gern hätte. Was aber, glaube ich, viel besser ist. Tja. Da war ein bisschen... Stritzwasser. Komm, komm, komm. Ja, die Holy Viles, die hat dich jetzt ein bisschen Damage gekostet. Das Leben gekostet. Das Leben gekostet. Ja, aber ich musste erst versuchen. Das stimmt. Jetzt haben wir ein kleines Problemchen. Zeit ist precious. Ja, jetzt. Schauen, ob das funktioniert. Das soll funktionieren. So, das dreht um, ne? Aufhören. Fünf, vier, 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 fünf, füllen. Ja, schade. Ob das noch über mich gesprungen ist. Ich würde sagen, ob 60 Damage ist auch nicht zu facken. Ich wollte gerade sagen. Das ist ein bisschen gemein, muss ich sagen. Jetzt gehen wir nochmal nach vorne, wie schnell dieser Wurm ist. Keine Fehler machen. Ja, du musst nicht auch erst mal loswerden. Ja, das stimmt. Und ich habe jetzt halt auch leider... Oh, ich weiß, was ich noch nicht weg habe. Das bringt mir aber nichts. Mit einem kleinen kriegst du nicht mal den da gekillt. Das kriege ich auch, abgesehen davon, nicht mal hin, die da hinzuwerfen. Doch. Die wäre gar nicht so scheiße gewesen. Wobei, ich glaube, viel größer ist der Bereich bei der Kleidung auch nicht, ne? Ja, ein Damage. Ich sage, ich habe sechs Damage hier. Oh, ich stehe da scheiße. Hört auf. Da kommt es nicht hoch. Nein. Oh, Gott sei Dank. Mir fehlt, glaube ich, echt so ein... Ach, das ist ein Witz. Juhu. Time is precious. Ich glaube, das tat weh. Das tat sogar ziemlich weh, leider. Oh, scheiße, ey. Aber er ist nicht tot. Näh. Ich habe halt jetzt noch so zwei Würmer, die prinzipiell nicht mehr existent sind. Boah, das war gefährlich gerade. So. Jetzt, Sebastian. Jetzt kriegst du irgendwas ins Gesicht. Ich weiß noch nicht was. Ins Gesicht. Das will ich sehen. Boah, jetzt pass mal auf, ey. Hättet ihr noch ein bisschen dickeren Arm gehabt? Boah. Call me master of the... Also, Respekt. Das wäre das geil gewesen, ey. Mach ich das mit der Mine? Nee. Die würde die Oli benutzen. Ah, die hast du schon benutzt. Ich glaube, da hätte ich mal die Mine genommen, ja. Die Sassen, das ist eigentlich nicht gemacht. Weil ich gedacht habe, die fliegt nicht weit genug. Wett. Das ist ja nur 17 Damage mal. Nein, die fliegt nicht, weil ich habe gedacht, ich sehe gut da... Das geht ja nicht direkt runter, ne? Doch, das geht direkt runter. Das so meine ich das. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, wie viel Leben ich hier habe, aber ich plane, äh... Zu wenig. Egal, was du vorhast, es ist definitiv zu wenig. Oh, scheiße, es könnte reichen. Ja. Ja. Ich weiß nicht, die Würmer, die müssen halt einfach das Höhe gewohlen. Ja. Geil. Und die Kiste wollte ich auch noch mitnehmen. Und das Ding da auch. Das ist ja noch ein, der im Paleo scheißen, mein 848er ist, auf dem der Tod. 48er ist weg. Satt ist. Jetzt muss ich nur noch diesen Söhnen 17er da loswerden. Ich konkurre. Eine Mine ist eine schlechte Idee, Sebastian. Geh noch ein Stück nach vorne, sonst bleibt die an der Kante vorne hängen. Guck. Hörn! Habe es einfacher Werk zu zurück. Loser! Ganz ehrlich, dann hättest du ihn einmal um die Insel da rum geschossen. Einmal um die Insel. Das wäre jetzt geüberfahren gewesen. So, jetzt, ähm, würde es tatsächlich gerne natürlich interessieren. Sonst habe ich eine Option. wenn das funktioniert ist geil wenn ich gescheiße ja ich hätte mir hier ist besser hinstellen können genau das ist eben munition so lange ich kann nicht mehr machen ja ich habe immerhin den meisten schaden verursacht die meisten erlittenen schaden ist nicht zu unterschätzen die fähigkeit ja ich frage mich aber gerade ich habe dir traut ich habe 384 schaden der zu gefügt du hast erlittener schaden 566 das spricht nicht für meine künste tatsächlich wobei das ist ja die kamikatsaktion ja aber da würde ich mal sagen dadurch dass ich nicht der aufneimende bin kann ich auch die ab machen und deswegen nein ich habe natürlich nur wieder mal absichtlich nur mich angestellt damit der gute fabio sich jeder besser fühlt das ist gut für sein selbstwerkgefühl ansonsten hier unterm tisch und kriegt halt gar nichts auf die reihe und deswegen muss man dem ab und zu mal so ein bisschen so ein glücksgefühl hervorheben ich habe jetzt keine ahnung was du eigentlich alles gesagt hat dementsprechend vielen dank fürs zusehen bis zum nächsten mal ich wünsche euch was und fallt nicht die treppe runter wenn ihr euch nachts eine cola holt er spricht aus erfahrung deshalb ist das so ich hole mir immer nur cola light geht